Renn! Renn! Das wird doch gleich gut! Zu wenig Zorn! Oh, oh, ich darf gar nichts. Nicht genügend zu. Macht ihr schon wieder ein Dungeon? Ja, klar. Boah, hier sind immer die Dungeonshöhlen. Ja, wir sind weiter als ihr. Ihr seid ja zu langsam. Ach, so krass. Wir machen hier Türme. Nicht genügend zu. Türme haben wir auch schon 300 Mal gemacht. Ich gar nicht. Klar. Und hier ist auch noch Blut, wenn du brauchst. Oder wenn wir brauchen. Okay, oh, geh doch mal vor. Oh, ich bin dran. Go, go! Go, go, Power Rangers! Erledigt. Gut. So, jetzt tick ich jetzt nicht. Stopp! 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 Da ist der Ball! Hier sind die andere. Da oben ist der wendige Giga No-Lander. Der kann noch nicht benutzt werden. Alter, das ist das, der Kassel. Alter! Du... Schlampe! Da kann ich ja weiterhin bewegen. Kinder, ich krieg die auch so! Ich geh bewegen! Ich geh nicht zu. Ich geh nicht zu. Ich geh nicht zu. Ich geh nicht zu. Schön. Wir müssen da nicht durch, oder? Komm mal mit. Wir müssen durch, weil wir haben das Dungeon noch nicht abgeschlossen. Ach so, ja. Aber da unten? Wir müssen da auch lang. Nee, ich darf nicht. Okay, komm. Drei von fünf. Da, zweite Ebene. Blub, 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 blub. Was? Zweite Ebene. Oh, leck mich doch! Level 27. Morgen, Freunde! Alter, hier sehen wir wieder so ein Haufen von Mozart. Sprich mit Azarte am Ding. Oh, hier hin ist der andere Dungeon. Ja, gerne. Hab ja... Hab ja mitzelt. Gibt's da Phönix West für den Dungeon? Ja. Hopp. Alter. Wow. Au, 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 au! Schnell raus aus dem Feuer. Ja, ich bin ja gerade unterwegs. Raus. So, jetzt kann ich das heilen dann gleich. Wirst du? Ich bin noch hinter dem Feuer. Sehr schön. Ja, komm. Beweg dich! Ach, warte. Was kommt denn? Ach, du Kacke. Da guckst du. Siehst du die Spinne? Ich sieh sie. Ja. So, wo ist das hier? Feld der Erholung. Stellt alle 0,5 Sekunden 5% der maximalen Gesundheit für Verbündeten in Reichweite wieder her. Mach du das. Geil. Dann kann ich noch Zeitverlängerung machen. Schild des Heilers. Ja, wir... Plus 10% Abwehr für alle Familien in Reichweite. Ja. Dann wieder die Feuerdinger. Pass auf, ne? Aber ich will das nicht auf der... Ja. Ich mach die zweite. Wir sind zwei. Pass auf. Pass auf. Zack. Warte mal. Das mal kurz ausprobieren. Wiii. Ich bin doch nicht bereit. Ja, Halt! Mein Gott! Drei! Leck mich doch am Popo, Alter! Das war's schon. Alter! Das müssen muss ich erst aufklären. Ich will jetzt hier kurz stehen, dass ich mich regenerieren kann. Ah! Pass auf, pass auf! Was machst du denn da? 7,7. Also die haben wir. Ich glaub denen schadet das eher weniger. Ach so. Jetzt hab ich. Uh! Wo sind die anderen? Ja klar, dass du die Kiste machst und nicht das Ding. Ach so, direkt hier vorne irgendwo. Klar, ich hab die Kiste. Na komm, Fett! Da oben! Okay, go. Du hast das Feuer. Du hast das Feuer, du musst... Warte... Oh, ne. Kann ich auch machen. Oh, sehr schön. Alter, was? Alter, was? Die kommen... Doch. Wir gehen das Sonnhaus. Sind hier noch Gegner? Ja, ich hab kein Feuer, du musst das anzünden. Du musst das anzünden gehen. Du musst das anzünden gehen. Aber ist das denn dazu? Das können wir auch machen. Du hast das Feuer jetzt eingesammelt. Was? Du hast das Feuer eingesammelt. Du musst das kaputt machen. Ja, ich muss hier aber grad mal ein paar Gegner noch machen. Das Ding muss zerstören. So, ich bin nur noch... Ja, die kommen doch an da auf Neuband, wenn du das nicht machst. Nicht das. Das ist los, weil... Der Typ geht mir auf den Zünder. Was kann man da unten auf den Zünder geben? Leichte Koordinatorstücke. Ja... Warte... Fünf Punkte. Dankeschön. Na, jetzt guck ich mal grade im Inventar. Mein Inventar ist mir nicht eingefallen. Ah, da sind noch Viecher hinter dir, ne? So, sechs von sechs. Ja, da ist ja auch noch ein Entscheider oben, den ich noch anpacken muss. Richtig mit Barta. Wollen wir nie... Meinst du, wir kriegen denn gleich die Quest für den? Nicht, ja. Oh, ich schalte mich eigentlich aufgepasst. Was? Ja, ich hab grad mich aufgepasst. Ich krieg mal die, kriegen wir doch mal. So. Können wir weiter? Ähm... Noch nicht gerade. Ich suche den Leichenhaufen. Können wir weiter? Ne, ich hab nur zu viel Schrott. Warte mal kurz. Ja, den Skillick jetzt. Mir auch egal. Den Skillick jetzt. Mach da. Das gilt da einfach. Welchen Leichenhaufen? Es gibt zwei hier. Ich weiß nicht, ich mach hier den rein, wohin gelaufen ist. Ja, da kam was raus, auch für mich. Brich mit, ja. Das war einer. Stern. Okay, jetzt hör'n wir. Der heißt Stern. SCH. Ja. Zu wenig Zorn. Sieh, verflucht habe ich. Jetzt geht's wieder woanders lang. Wollen wir jetzt mal in den Dungeon gehen? Ja, haben die gerade jetzt. Was für den Dungeon? Lass mal. Okay, ja. Eins ist Level 53. Was? Gut damit. Ich glaub ich der falsche Dungeon. Ich glaub das seid ihr noch nicht. Ach nein. Du bist ja 25. Okay, das war der falsche Dungeon. Das war ja schon wieder. Da oben, ja. Da kommen wir bestimmt nach hinten. Ach, zu Schande. Ja, ja. Wir müssen das machen. Ich bin in der Familie gejumped. Ja. Ja. Okay, und weiter. Die Dinger gehen mir auf den Sack, ey. Boah, die machen verdammt viele Schaden. Warte. Wird das denn viel heilen? Wirst du das denn? Weil man drinnen steht, ja. Ja. Es macht halt den, 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 den Kreis immer nur nicht herum. Und ich kann das nicht aussuchen, wo der den Kreis hinmacht. Äh, also die Säulen in der Nähe stehen. Ein, drei, die sind ja. Ich glaub das fettet sich gleich. Ja, das ist gut. Zweite Stufe der Ehe. Hätte sich jetzt fertig. Au. Sie explodieren, die Viecher. Deswegen, meine Schaden. Was? Ähm. Wuh. Hier, weiter geht's. Doch, das geht eigentlich schon. Ich weiß schon, wo man drinnen steht. Mal mein Inventar. Mal mein Inventar schon wieder so gut wie voll, ja. Ja, das kannst du ja schmütlich, glaub ich, aus... Ja, diese kackige Exemplare. Nicht genügend Zorn. So, erledigt ihr habt ja. So wenig Zorn. So wenig Zorn. Oh, ich stand noch draußen. Ich glaub ich steh jetzt nicht draußen. Ich koche auch. Ah, Glück gehabt. Oh, fuck it. Alter, nimm die Akku. Nimm die Akku, Alter. Nimm die Akku, Alter. Ich bin gleich tot. Von einem fucking Schlag. Alter. Oh, nein. Das war zu spät. Achso, dann sag doch was. Ich seh das nicht. Wie, du hast oben links in der Ecke, hast du mich? Ja, als wenn ich da oben links hingucke. Ja, warum nicht? Weil ich mich hier auf die Monster konzentriere. Okay, dann mach mal so, ja. Nimm die Akku, Alter. Reicht schon, reicht schon. Alter. Nein, ich hab das nicht. Außerdem. Was ist das für ne Krass, die wir grad machen? Keine Ahnung, die wird schon gar in der Zeit. Okay, einfach den da und dann machen. Hast du den, den? Du hast jetzt, sprich mit das? Nee, hab ich nicht. Oder das Siegel. Achso, ja, das hab ich schon. Dann kann sein, das ist immer nur so random Troppen. Ja, ja. Siegel der Erdschüsterin. Ja, das hab ich hier. Kafkas Anzug. Das ist ja das Schlimme. Toll. Schattenjäger, komm ich doch. Weil das Ding hat ein Feuer. Das Ding hat ein Feuer. Das Ding hat ein Feuer. Wow. Proziert die Scheiße. Aber es wurde noch... Die Quest wird gar nicht mehr auf der Net angezeigt. Was? Die Quest wird mir ja angezeigt. Au. Ja, das müsste von diesen Rosen... Musst du ja gerade um die Lava immer rumträtzen. Böser Rosen. Er kommt! Er kommt! Er kommt! Es droppt einfach nichts. Ich kann mich weg! Ich kann nicht weg! Nicht genutzt. Jetzt hab ich's! Jetzt hab ich's! Jetzt hab ich's! Gut! Gehen wir weiter! Wollen wir noch zwei Lebensbalken hatten! Scheiße! Ich kann nicht an ihn ran! Ich kann nicht an ihn ran! Ich kann nicht an ihn ran! Alter! Ich bin ein... Boah! Bitte! Das war knapp! Besiege! So, schnell weiter! Die Freunde müssen angreifen! Alter, leg mich doch! Was will denn der so langlautig? Was ist das zu viel Viech? Alter! Alter! Was will das einfach nicht schwer werden? Alter, alter mal! Es kommen andauernd mehr Dinge oder... Wechselt die ihre Position? Ne, die wechselt glaube ich ihre Position. Alter! Wenn du da einfach falsch stehst, dann bist du am Arsch! Oh, letzter! Scheißegal! Komm! Hau drauf! Hau drauf! Ist die letzte! Hau drauf! Nein! Nein! Wieder beleben! Schnell! Was zum Henker macht ihr da, ey? Ja, das ist ein Scheißflug! Ich hab ihn! Ah, wir haben ihn! Ach, meine Fresse, ey! Ich bin nur einmal gestorben dabei! Oh! Alles angelockt jetzt! Also, 16 Minuten, ey! Nein, wir kriegen nicht mal einen Stern da oben! Oh, fuck it, ey! Lächerliches P! Aber ganz ehrlich, ich mach das nicht jetzt nochmal! Ne! Das kannst du jetzt vergessen! 16 Minuten, ey! Wo müssen wir jetzt hin? Achso, ist alles schon fertig! Ich bekomm so einen beschissenen Apfel, ey! Chaosbruch! Ich krieg hier magisches Pulvergedöns! So, raus hier aus diesem Scheiß! Versiegle den dunklen Attar, bla bla bla, zerstöre irgendwas, sammle irgendwas! Alter, Falter war das gerade hardcore! Krasse Scheißding, ey! Ja, voll! Falling ich voll auf ihn rauf?! Das war keine gute Idee! Du wirst einfach nur geplatzt! Oh! Du musst hier irgendwas benutzen! Ab in die Stadt, ey! Heulen! Heulen! Ah, warte mal, ich mach's mal! Hier ist irgendwo... Ach hier, da, den Typen da muss ich ansprechen! Oh, meine Fresse, ey! Ich hab ne Quest erledigt! Und? Jetzt muss ich wieder hoch! Man! Hoch? Hä? Nein! Nein! Musst du nochmal machen? Nicht wirklich, oder? Du hattest... Du hattest die Quest noch nicht? Ja, anscheinend! Ich sag mal nichts, was? Ich mach mir das Auge aus! Ich glaub, der verarscht mich! Nein! Komm erst mal... War alles fertig? Ne, irgendwas sammeln noch, oder? Ja! Aber irgendwo anders! Ja, aber hier gibt's doch sonst nichts mehr! Oh, hier oben! Hier! Der hat noch ne... Ach, der hat die Quest hier zum Abgeben! Erledigt! Hier sind die Kisten! Erledigt! Annehmen! Ach so! Da sind die Kisten! Ähm... Ähm... Wow! Töch! Ich hab gerade ein mega gutes Streit bekommen! Macht keinen Sinn, wenn wir beide dieselbe sammeln! Ach so, Quatsch! Das stimmt gar nicht! Ich glaub, der wird's grad am verzweifeln! Ja, weil ich die Scheiße nochmal machen muss! Hehehehehehe Boah, du was? Ich hab grad mal 3 von 5 Küsten! Ja! Ach so! Ich werd dir jetzt erstmal mein Zeug verkaufen, ey! Das ist halt dann ins Lagerlegen! Jo! 5, 5, 5, 5, Kisten! Ah! Ich mit Friedrich! Ach, Mann! Was denn? Hast du noch die alle? Die nerven hier! Nein, die nerven mich ständig! So, jetzt! Besiege Nuki! Finde das... Finde das gottlose Kloster! Das ist jetzt schon wieder woanders hin, oder was? Warte mal! Warte mal! Ähm... Dann wollen wir dann erstmal das machen, wo wir 2 Level machen? Dann sind wir stärker! Ist das das Ding da oben? Was? Da, wo wir 2 Level machen? Das kann sogar sein, dass es jetzt ist... Ja, wo die eben da waren! Hey, wo läufst du lang? Ach so! Hier unten ist der... Der Typ hier, den müssen wir platt machen! Der Nuki, oder? Ja, könnte man machen! Ja gut, dann lass erstmal das machen! Und danach kommen wir vielleicht ein bisschen stärker zurück! Oh, es hau Heilung raus hier! Geh ich mal ner Asperon! Nein, er geht ner Asperon! Scheiße! Da darf er nicht hingehen! Ich muss erstmal zum Großen, wa? Wie zum Großen? Zum Großen Teleporter sag ich! Ähm, ja! Wo ist denn der Nächste? Chris hat mal was! In der Stadt! Erst in die Stadt und dann... Erledigt! Ach, hier kommen wir mal mehr? Was ist denn hier los? Mein Inventar ist voll! Ich hatte doch hier auch noch irgendwo... Lass mal einen Schritt zur Seite gehen jetzt! Das ist ja... Nein, ich will schnell das noch aufsammeln hier! Da haben wir nochmal was! So, jetzt ja! Oh, ganz zur Seite! Der Inventar ist auch fast voll! Wir sollten bevor wir da reingehen, aber auf jeden Fall mal... Ich zerleg einfach alles erstmal! Äh, ja gut! So, Cleve 27! Maximal Gesundheit kostet 900! Danke dir! Ich hab ja gar kein Wesen! Schau mal! Das ist doch besser als meins! Boah, ist besser! Sitzkette... Stimmel... Also! Und das muss man alleine machen, hab da gesagt, ne? Jaja! Ich geh schon mal rein! Ich geh schon mal rein! Stoi, jetzt ist Inventar schon wieder voll! Ey, das gibt's schon nicht! Hä? Äh, warte mal, was? Also, was ist denn das jetzt hier? Erreichte Ebene? Ich geh einfach mal rein! Kafkas Hemd! Verdammthaft! Könnt nicht er zur Gruppe aufkommen! Oh, 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 oh! Was haben wir denn da? Die laue Sache! Kruxanzug! Das hört sich doch gut an! Gesundheit! Ne, warte mal! Ach so! Hatte ich ja vorher! Ich weiß gar nicht, gibt's da viele Sachen in den Dungeon? Wahrung kann ja sein! Ich hab jetzt... Gibt's da vorne nicht einen zu verkaufen? Weiß ich nicht! Gägliche Quest... Da ist einer zum... Wegpunkt? Quest? Ach, komm, wir laden einfach erstmal hin! Ja, ja! Ach, hier vorne sind wir... Wie weit kam ihr denn bei dieser... bei dieser ebenen Hacke hier? Ich bin... Bis zur siebten Ebene gekommen! Ich bin auf Ebene neun geschreitert! Moin, ich dachte ne 10! Irgendwie blieb ne 10! Entschuldigung beim Endboss! Muss ich dann hier durch das Vorgehen oder was? Ja, ja! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!